Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du dich bei Roblox als offline anzeigen lassen kannst. Damit kann dir niemand mehr Nachrichten schreiben oder sehen, dass du gerade online bist. Wie genau das geht, erfährst du jetzt. Um uns bei Roblox also offline anzeigen zu lassen, öffnen wir zuerst die Roblox App am Smartphone. Das Ganze geht natürlich auch am Computer. Sind wir also eingeloggt, drücken wir unten rechts auf die drei kleinen Punkte. Im nächsten Fenster scrollen wir dann etwas nach unten und wählen den Punkt Einstellung aus. In den Einstellungen wählen wir dann den dritten Punkt mit Datenschutz aus. In den Datenschutzeinstellungen scrollen wir weiter nach unten bis zum Punkt Kommunikation. Danach drücken wir auf Standard und wählen im Dropdown-Menü den dritten Punkt mit aus. Jetzt sehen wir auch schon, dass uns niemand mehr Nachrichten schicken kann oder sieht, dass wir gerade online sind. Wir sind also offiziell unsichtbar. Um das Ganze wieder rückgängig zu machen, wenn ihr wieder mit euren Freunden chatten wollt, dann drückt unter Kommunikation wieder auf den ersten Punkt und wählt dann Standard aus. Jetzt sind alle Einstellungen wieder hergestellt und ihr werdet wieder als online angezeigt. Wenn ich dir also helfen konnte, dass du dich in Roblox in Zukunft unsichtbar machen kannst, dann würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein Abo oder Super Sanks unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine Testventure Crew.